Hallo und willkommen zu einem neuen Witze-Video mit den Schleichis. Viel Spaß! Bitte die Salzstreuerin? Nee, geht nicht. Ich habe Muskelkatze. Wie trennt man Müll richtig? Gar nicht. Es hat nur eine Silbe. Wenn eine Frau schön für dich sagt, ist es bald gar nicht mehr so schön für dich. Was dich nicht umbringt, macht dich kleiner. Mario! Heute Morgen habe ich einfach so aus Spaß mit der Schneeschaufel auf der Straße rumgekratzt. Die Rollos waren noch nie so schnell oben. Heute gibt es Pantoffeln für schlappe 5 Euro. Wenn man alle Venen und Arterien nebeneinander legen würde, würde man sterben. Wenn ich mal tot bin, möchte ich verbrannt werden und die Asche ans Finanzamt schicken lassen mit den Worten, das war der Rest, jetzt habt ihr alles. Jobs, die nicht mehr existieren. Steve! Ich verstehe dich, Wikipedia, aber uns allen fehlen 5,3 Millionen Euro. Eichhörnchen leben im Winter von ihren Ersparnissen. Gibt es im Krematorium eigentlich Preisnachlass für Brandopfer? Bis wohin hast du gelesen? Ich habe ein Eselsohr reingemacht. Aber da ist ja alles voller Blut. Ja, das Eselsohr war recht frisch. Pascal? Komm schon, geh endlich weiter. Für ein Pascal machst du echt viel Druck. So, das war es auch schon mit dem Video. Tschüss und bis zum nächsten Mal.